Berufseinstieg als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Warum in dem Beruf Spannung garantiert ist, erfährst du in dieser Episode von Time to Change. Ja und damit herzlich willkommen zum Abschluss unserer Reihe Wohlfühlend im Job und im Leben. Heute habe ich zu Gast bei mir in der Sendung Marcel Burga. Hi Marcel. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast vor kurzem deine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik erfolgreich abgeschlossen. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, es ist ein überragendes Gefühl, die Ausbildung endlich abgeschlossen zu haben. Die dreieinhalb Jahre vergingen wie im Flug und ich genieße es jetzt richtig, als ausgelernter Elektriker zu arbeiten. Bei meiner Arbeit macht es mir einfach Spaß, jetzt alleine auch unterwegs zu sein, für sich selber verantwortlich zu sein. Und sogar auch mittlerweile Azubis was beibringen, was vor drei Jahren noch unvorstellbar war, ist jetzt in Wirklichkeit ein geniales Gefühl. Das heißt, es ändert sich für dich jetzt gar nicht so viel, weil du vorher schon eigenverantwortlich viel gearbeitet hast oder wie sieht das aus? Jetzt ist es halt so, dass ich jetzt der bin, der den Azubis sagt, was sie zu tun haben, denen auf die Finger schaut, guckt, ob sie es richtig machen, was davor sozusagen bei mir einer gemacht hat. Das ändert sich für mich und klar, eigene Baustelle, kommen wir jetzt auch nach und nach. Die Verantwortung steigt von mir, auch den anderen Kollegen gegenüber. Jeder vertraut sich und somit wächst man auch an seinen Aufgaben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast die Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bis Stromversorgungsmonteur mit diesem Schwerpunkt. Was macht dir daran so großen Spaß? Dein größter Spaß an dem Beruf ist einfach, dass du jeden Tag was anderes machst. Du bist jeden Tag auf einer anderen Baustelle, machst jeden Tag eine andere Arbeit und es kommt immer was Neues. Und es kommt auch vielmals was Unerwartetes. Du kriegst einen Plan und nachher stimmt dieser Plan gar nicht und du musst selber wieder überlegen. Also jeden Tag eigentlich diese neue Herausforderung, die mir der Beruf stellt, das ist genial. Das ist genau das, was ich wollte und das macht mir auch richtig viel Spaß. Nun gab es ja mit Sicherheit irgendwo in deiner Kindheit oder in deiner Jugend einen Moment, wo dieses Feuer entfacht wurde bei dir für dieses Berufsfeld oder sagen wir mal fürs Handwerk. Wie hast du selbst deine Leidenschaft fürs Handwerk und auch vielleicht für das Thema Energie entdeckt? Klar, das Thema Handwerk war bei mir schon früh ein Thema. Mein Vater hat mich früher immer mit einbezogen, wenn es darum ging zu Hause irgendwas zu montieren oder aufzubauen. Samstags war eigentlich immer der Tag, wo ich meinem Vater den ganzen Tag geholfen habe, zu Hause irgendwas zu handwerkeln oder auch andere Sachen zu machen. Und schlussendlich muss ich aber auch sagen, es kam durch Praktikas. Ich bin mal in die Industrie gegangen, habe mir das auch mal angeschaut. Das ist ja nicht einer von tausend zu sein, sondern jeder kennt dich, sage ich jetzt mal. Trotz, dass die IGT eine ziemlich große Firma ist, weiß jeder, wer du bist. Jeder weiß, was du kannst und man wird auch einfach geschätzt. Das heißt, man kann sagen, es war ein Stück weit lieber auf den ersten Blick hier bei der IGT? Blöd gesagt, ja. Aber das muss man aber auch einfach merken. Ich kann auch nur jedem empfehlen, der so ein Praktikum macht, nicht nur, weil die Eltern sagen, das ist jetzt dein Beruf oder du musst ins Büro. Guckt euch alles an und ihr merkt es dann schon selber, wenn ihr in dem Praktikum seid, ist das was für euch oder nicht. Und da kann euch auch keiner reinreden oder Ähnliches, sondern das müsst ihr selber für euch entscheiden. Und das Handwerk von vornherein abzustempeln, ist meiner Meinung nach die komplett falsche Richtung. Guckt es euch an und ihr werdet merken, auch das kann sehr viel Spaß machen. Wie Marcel schon sagt oder probiert euch zu Hause aus, mal handwerklich. Das heißt, es gibt ja verschiedene Werkstoffe mit Holz beispielsweise. Oftmals hat man ja zu Hause noch so einen kleinen Werkraum, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann. Wie so ein Tag in Marcells Leben aussieht, vor allem bei der EGT, das erfahrt ihr bei uns dann auf egt.de. Seid gespannt, dauert so in etwa fünf Minuten und ihr werdet sehen, was der Marcel so den ganzen Tag treibt. Ja Marcel, mit Sicherheit hast du auch mal drüber nachgedacht oder vielleicht im Freundeskreis. Kaufmännische Berufe sind ja auch sehr angesagt. Was hat für dich aber dagegen gesprochen, du hast gerade schon kurz angesprochen, so den klassischen Bürojob zu ergreifen und stattdessen dich fürs Handwerk zu entscheiden? Ich würde sagen, ganz klar die Begeisterung fürs Handwerk, die ich eben früh entdeckt habe. Und mir dann auch klar war, ich kann nicht den ganzen Tag sitzen. So eine Person bin ich auch persönlich nicht. Bei mir muss immer ein bisschen Action drumherum sein. Für mich ist es allein schon die Hölle, wenn ich mal zwei Stunden lang irgendeine Schulung habe, vom Geschäft aus und mir da irgendein Sicherheitsbeauftragter erklärt, wie, wo, was. Das ist für mich extrem langweilig. So was mag ich nicht und somit war für mich schnell klar, ich brauche Action in meinem Alltag. Ich will jeden Tag was anderes. Und so ein Bürojob ist einfach nichts für mich. Ich bin auch absolut nicht der Technikfreak in dem Sinne, was Computer und so angeht. Und somit war für mich klar, das Handwerk wird es. Und dass ich natürlich jetzt so den passenden Beruf gefunden habe, der für mich passt und mir Spaß macht, gehört natürlich auch Glück dazu. Nun suche ja Firmen wie die EGT oder im Elektrohandwerk ganz allgemein auch ständig talentierte Nachwuchskräfte. Was würdest du vielleicht über das, was du gerade eben schon gesagt hast, junge Menschen, sei es 12, 13, 14-Jährige, mit auf den Weg geben, die sich jetzt gerade kurz vor der Berufswahl befinden und sagen, hey, an so einen handwerklichen Beruf habe ich jetzt eigentlich noch nie wirklich nachgedacht. Ich kann da nur sagen, probiert es aus, traut euch wirklich, auch wenn das Handwerk in der jungen Generation nicht so angesehen ist, probiert es aus und ihr werdet dann selber merken, ob es was für euch ist. Und wenn es nichts ist, dann habt ihr die Erfahrung auch, dass ihr kein Handwerker oder irgendwas seid. Und wenn ihr doch merkt, boah, das könnte es vielleicht doch sein, dann kommt her bei der EGT. Wir suchen händeringend Elektroniker und wir sind froh um jeden, der es probiert und es am Ende dann natürlich auch schafft. Nun ist ja nicht Handwerk gleich Handwerk. Du befindest dich ja im Bereich Energie, also ihr arbeitet sehr viel mit extrem hoher Spannung. Was macht das vielleicht dann noch so besonders jetzt im Vergleich zu einem, sagst jetzt mal, üblichen Handwerker? Beim üblichen Handwerker, sag ich jetzt mal allgemein, da kann man auch mal einen Fehlgriff machen. Da passiert nichts, wenn man es, blöd gesagt, nehme ich jetzt das Schreiner als Beispiel, wenn man das Brett zu kurz absägt, dann ist das so, dann holt man das neue Brett und sägt es halt richtig. Das ist bei uns anders. Bei uns musst du überlegen, was du machst und so blöd sich das jetzt auch anhört, ein falscher Griff kann bei uns Leben kosten. Das ist so, wenn man in der Spannungsebene arbeitet, wo wir unterwegs sind und nicht wirklich hundertprozentig mit dem Kopf dabei ist, dann können da schwere Unfälle passieren, bis hin eben zum Tod. Ist zum Glück noch nie passiert, aber das ist so das, was den Beruf von uns auch besonders macht. Was ihn allerdings natürlich auch noch ausmacht, ist das Klettern meiner Meinung nach. Auch diesen Freileitungsbau, den wir tatsächlich wirklich noch haben, den haben ganz wenig Firmen. Also das können auch ganz wenige bieten, diese Ausbildung sozusagen wirklich am Mascht hochklettern, oben beide Hände loslassen und wirklich in 18, 20 Meter Höhe was zu arbeiten. Da habe ich bis jetzt wenige Firmen gefunden, die dir das wirklich noch bieten können. Und das ist auch was, was meiner Meinung nach meinen Beruf ausmacht, ja. Das werden wir auch in deinem Film dann sehen, was gerade der Jan und du da gemeinsam in schwindelringender Höhe alles vollbringt. Nun ist es ja so, dass auch bei der EGT immer öfters sich auch Frauen oder junge Mädels für einen handwerklichen Beruf entscheidet. Wie nimmst du das so wahr? Ich finde das super. Ich finde das genial, dass auch junge Frauen sich trauen, ins Handwerk zu gehen. Früher war das ja immer so ein Tabuthema. Mittlerweile ist das gesellschaftlich gar kein Problem mehr. Die werden auch auf Baustelle und so komplett akzeptiert. Da gibt es keinen Unterschied. Zumindest ist es mir persönlich noch nie vorgekommen. Da gibt es keinen Unterschied, ob du jetzt mit einer Frau redest oder mit einem Mann. Die hat das Gleiche gelernt wie du. Die hat genauso viel Ahnung wie du, wenn nicht sogar mehr. Somit wird jeder gleich behandelt. Und ich finde das echt super. Und ich kann es auch nur jedem mit auf den Weg geben. Selbst junge Frauen, probiert euch im Handwerk aus. Auch wenn es immer heißt, das sind keine Frauenberufe. Komplett egal. Probiert es aus. Macht Praktika und ihr werdet dann schon sehen, ob es was ist oder nicht. Auch das werden wir sehen bei deiner Kollegin, bei der Ronja Schlegel in ihrem Video, was sie so den ganzen Tag macht. Wie sie vor allem zum Handwerk gekommen ist. Schaltet auch da unbedingt dann ein bei uns auf der EGT-Webseite. Ja, Marcel, wir kommen jetzt schon zum Schluss unseres Gesprächs. Wenn du mal so nach vorne schaust, wie möchtest du dich in den nächsten Jahren entwickeln? Jetzt hast du deine Ausbildung abgeschlossen, dich toll weiterentwickelt. Aber wie siehst du so die nächsten Jahre bei dir hier bei der EGT? Ja, ich will mir jetzt am Anfang auf jeden Fall erstmal Berufserfahrung sammeln. Und würde dann schon gerne in dem Berufsfeld weitermachen. Sprich Techniker oder Meister. Da würde ich auch gerne bei der EGT bleiben, weil die EGT fördert da auch einen. Wenn man sagt, ey, ich hätte Ambitionen, ich würde gern, ist die EGT die letzte Firma, die sagt, nee, das fördern wir nicht oder wie auch immer. Deswegen erstmal so fünf, sechs Jahre Berufserfahrung sammeln, ist jetzt so der Plan. Und dann weitermache, wahrscheinlich Meister. Und dann gucke, was die Zukunft sonst noch so mit sich bringt. Wunderbar, sehr schönes Schlusswort. Marcel, dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst. Du musst jetzt auch gleich wieder in den Einsatz gehen. Von dem her wollen wir dich hier nicht länger bei uns behalten. Ja, schön, dass auch ihr zu Hause dabei wart. Das Video mit dem Marcel erscheint übrigens am 29.03. Also schaltet unbedingt ein. Verfolgt uns auch weiterhin auf Instagram, auf LinkedIn, wo wir dann auch noch interessante weitere Eindrücke mit dir teilen werden. Genau, ansonsten, wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen mit einer normalen Episode Time to Change. Und seid auch gerne dann wieder dabei, wenn es heißt Time to Change. Bis zum nächsten Mal.